Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Theologia, nein, Historia Theolog, wie, warum wüsste man das machen? Also irgendwas mit Theologie. Historia Theologis. Historia Theologis. Wir reden über theologische Themen, von denen wir keine Ahnung haben oder so. Ein bisschen Ahnung habe ich, sonst wäre komisch. Egal. Wir sind heute zu zweit. Ich sage jetzt mal ganz spektakulär, ich bin das Bildreporter, Karols Bude brennt. Also nebendran, aber ja. Deswegen der Karol heute nicht da. Ollis weiß ich nicht. Wie könnte man das brennen noch einbringen? Den brennt der Körper vor lauter Arbeiten. Danke, danke. Und Flo brennt einfach der Schädel, weil, keine Ahnung. Den ist warm. Die können nicht mehr denken. Ja. Deswegen haben wir zwei uns hier eingefunden, also die liebe Viktoria und ich, um über ein sehr spezielles Thema zu reden. Ich habe die ja schon mal, weil, naja, ich wusste, dass es speziell wird, habe ich ja vorher in der Gruppe so ein bisschen was geteilt, so ein, zwei Sätze und den Titel dieser Folge auch schon im Grunde genommen. Ich nehme mal an, es sagte dir überhaupt nichts, oder? Nein, absolut gar nichts. Okay, dann versuche ich ein bisschen Licht in das Dunkelheit zu bringen. Wobei ich dich vorwarnen muss. Wir werden heute viel hin und her springen, weil ich sowohl die historischen Hintergründe erklären möchte, als auch die theologischen Hintergründe. Und dementsprechend springen wir immer mal wieder, wenn es passend ist, hin und her, so damit wir nicht die ganze Zeit über Theologie sprechen oder über die Geschichte, also so Hälfte, Hälfte, sondern wir machen immer so schnipselartig, so schlaglichtartig mal hier wieder ein bisschen weiter, da mal ein bisschen weiter, sodass wir dann hoffentlich am Ende so ein relativ komplettes Bild haben. Über die, jetzt kommt der Name, Mutasirla. Macht doch eigentlich eher am meisten Sinn. Also es ist ja so wie mit den meisten Theologien, vermute ich mal, dass das, was in der Geschichte passiert, die Theologie beeinflusst, das wiederum die Geschichte, das wiederum die Theologie und so weiter, oder? Ja, also ich will nicht deiner These widersprechen, sondern auch jetzt auf den speziellen Fall. Man könnte auch relativ viel Theologisches einfach danach machen, dass die Geschichte nicht unbedingt, oder in dem Sinne zuerst machen. Aber wenn man die Geschichte eh zuerst macht, dann, das könnte man eigentlich auch ohne Probleme. Also es würde schon funktionieren. Aber, ja, kannst du mir ja dann im Nachhinein beantworten, ob das funktioniert hätte. Aber wir gehen erstmal nicht in die Zeit, wo wir eigentlich landen werden, sondern wir gehen erstmal das Jahr 1970, beziehungsweise die 1970er. Und da veröffentlichte ein indonesischer Theologe mit dem Namen Harun Nasution ein Pamphlet zur Verteidigung einer muslimischen, in Anführungszeichen, rationalistischen, theologischen Schule, die eben als Mutasirla bekannt ist. Und obwohl die Mutasirla von modernen muslimischen Gelehrten manchmal positiv diskutiert wird, gibt es bisher eigentlich wenige, die sich in dem Maße mit der Mutasirla oder dem Mutasirilismus identifizieren, wie es eben jener Nasution tat. Das ist so ein bisschen die Aufhängerfigur heute. Eine wichtige Figur für den indonesischen Islam. Die Mutasiri-Rationalisten vertraten Lehren über die göttliche Einheit, den historischen Kontext der Offenbarung und die ethische Verantwortung gegenüber Gott, die den religiösen Überzeugungen der meisten Muslime tatsächlich zu ihrer Zeit zuwiderlief. Und dennoch genoss der Mutasiri-Interlektionalismus, könnte man fast sagen, oder überhaupt der Mutasirilismus in den ersten zweieinhalb Jahrhunderten des apasirischen Zeitalters, also von 800 bis 1050, die Schirmherrschaft zahlreicher Kalifen und auch Visierer. Und das ist die eigentliche Zeit, wo wir heute unterwegs sind. Also 9. und 10. Jahrhundert ungefähr. Nach der Blütezeit dieser Schule, so kann man das auch ausdrücken, im 9. und 10. Jahrhundert begann dann die Dominanz der Mutasiri im theologischen Diskurs, das ist der Kalam, das ist ein wichtiges Wort, Kalam, also K-A-L-A-M, zu schwinden und wichtern in anderen Richtungen. Verschwand aber nicht komplett aus, ja, diesem islamischen Denken. Bis heute haben wir teilweise noch Mutasiriliten, schiitische Theoretiker. Wie ist das denn im Islam? Spielt da der Diskurs über die Schriften so eine zentrale Rolle, wie das jetzt zum Beispiel im Judentum ist? Ja. Oder ist das eher so wie bei uns, dass es wirklich was für die ganz Abgehobenen ist? Ich denke, diese Frage beantworte ich dir jetzt noch nicht, weil wir darauf ganz viel eingehen werden, weil das ist eines der zentralen Punkte dieser Thematik. Also das Kalam eben, dieser theologische Diskurs ist eines der zentralen Punkte heute. Ah, okay. Schiitische Theologen diskutieren und kommentieren weiterhin mittelalterliche Mutasiriliten-Texte als Teil ihrer Matrasa-Lehrplans. Also Schiiten sind eine andere, also die meisten Muslime, die wir kennen, sind Sunniten, Sunnah. Schiiten sind zum Beispiel eben im Iran. Also da ist ja dieses Mutasiriliten-Denken immer noch mehr verbreitet, beziehungsweise war es auch länger. Nach dem 11. Jahrhundert und insbesondere unter dem Einfluss ein gewisses Abu Hamid al-Hassali konkurriert man auch die aristotelischen, oh Gott, das schwieriges Wort finde ich immer, aristotelischen, philosophischen Methode mit den eher disputativen Praktiken der Mutakalimun. Was das ist, da kommen wir später nochmal zu. Also es geht dann auch, wir kommen später zu, dann wird das nochmal ein bisschen klarer, was damit gemeint ist. Mit dem Aufkommen des islamischen Modernismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erlebte dann der Mutasili Rationalismus unter den sunnitischen muslimischen Intellektuellen jedoch auch eine Wiederbelebung des Interesses. Also ganz klassisch im 19. Jahrhundert beginnt es sowieso im Islam so zu rumoren, dass wir ganz viele dieser alten Strömung einfach wieder beleben. Aber ja, dazu haben wir auch, glaube ich, in der letzten, ich überlege gerade, hatten wir, ja, das Problem ist, ich habe in der letzten Folge noch woanders Vorträge gehalten, bin mir gerade unsicher, wo ich das überall erwähnt habe. Aber insgesamt beginnt im Islam eben mit dem 18. und 19. Jahrhundert so eine Art Renaissance, aber rückwärts gerichtet. Also die Wiederentdeckung der alten Texte, aber halt dann eben orthodox noch, also rückwärts gewandt ausgelegt. Aber was war denn die Mutasila denn jetzt überhaupt? Die Mutasila war eine Denkströmung, die vor allem im Irak des 9. Jahrhunderts aufblühte und zwischen dem 10. und 11. Jahrhundert einen Höhepunkt ihrer Entwicklungen erreichte. Ihr Zentrum war Bagdad und Basra, vor allen Dingen Basra, wo prominente Theologen Gruppen von Anhängern und Bewunderern um sich scharrten. Aber ein bedeutendes Problem für das Studium dieser frühen, also in Anführungszeichen frühen und teilweise auch Hochphase der Mutasila ist die Tatsache, dass von ihren wichtigsten und frühesten Vertretern de facto kaum Werke überliefert sind. Also schönes Quellenproblem. Wir kennen ihre Lehre entweder aus den Kompendien von Gelehrten durch ihre Kritiker oder durch die Schriften von Historikern der Philosophie und religiösen Sekten. Also wieder nur aus zweiter Hand. Die bekannteste Geschichte berichtet, wie einer der ersten Mutasiliten, das ist Vossel Ibn Atta, der ist wohl 748 gestorben, sich von seinem Meister Hassan al-Basri zurückzog, als er feststellte, dass er nicht mehr in der Lage war, al-Basris Ansichten über den religiösen Status des Sünders zu teilen. Und auf dem Niveau diskutieren wir heute auch. Also was ist ein Sünder, was ist kein Sünder, aber ja. Also im Grunde genommen, ob ein Sünder noch als Muslim betrachtet werden kann oder nicht und ob er daher von der Gemeinschaft angenommen oder ausgeschlossen werden solle. Die Geschichte ist wahrscheinlich nur eine Legende, aber das war eine der großen Fragen damals. Also einer, der eben nicht muslimisch sich verhält, ist ja trotzdem noch Teil der muslimischen Gemeinschaft. Ja gut. Ist ja eine legitime Frage. Definitiv. Die ganzen Fragen sind legitim, die gestellt werden. Aber ja. Oft wird gesagt, dass sich der Name auch ursprünglich auf diejenige bezog, die zur Zeit der Spaltung zwischen Ali und Moabia einen getrennten Mittelweg zwischen den Rechtsgläubigen und den Harishiten wählten. So, jetzt habe ich da sicherlich einige Sachen gesagt, die jetzt nicht so für jeden bekannt sind. Also Ali ist der letzte der vier rechtsgeleiteten Kalifen, der Schwiegersohn von Mohammed, auf den die Schiiten sich zurückbeziehen. Also Schiiten ist ja auch nur eine Abkürzung für Schiat Ali, die Partei von Ali, die Anhänger von Ali. Daran habe ich schon mal was gehört, ja. Und Moabia war der Stadthalter in damals Damaskus, der dann nach Ali die Macht übernommen hat in den Umayyaden-Kalifat. Das waren Umayyade. Und da gab es eben dann einen Streit und die Harishiten, man kann es jetzt nicht als die direkten, also als Schiiten bezeichnen, aber im Grunde genommen in die Richtung. Also das war eine Abspaltung des Ganzen, gerade in diesen Streitigkeiten. Also wirklich diese klassische Ausdifferenzierung in Sunniten und Schiiten ist ja noch nicht direkt nach Alis Tod entstanden. Das dauerte dann noch ein bisschen. Und ja, darauf bezieht sich so ein bisschen der Name, die Etymologie des Namen, will ich euch jetzt gar nicht irgendwie aufzwingen. Das ist komplizierter, als es hier sein muss. Aber das ist eben hier schon in dem Namen eine Verbindung zu dieser Zeit der Fitna dann auch. Und was dann zwischen Ali und Moabia und den Harishiten und den Sunniten passiert, das ist schon mal ganz wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Eine interessante These vertritt dann auch der Orientalist Hendrik Samuel Nieberg. In seinem Eintrag über die Mutasila in der ersten Ausgabe der Anthoclopädie of Islam. Er argumentiert dort, dass die Mutasiliten den, in Anführungszeichen, theologischen Überbau der politischen Struktur des Abbasidenregimes oder der Abbasidenzeit bildeten, die ja dann die Nachfolge des Umayyaden-Kalifats antraten. Indirekte Belege für diese These ergeben sich zu einem aus der Tatsache, dass der Abbasiden-Kalif die Feindseligkeit der Aliden gegenüber den Umayyaden ausnutzte. Also die Abbasiden, jetzt muss ich vielleicht auch nochmal das kurz erklären, dann die Abbasiden traten zuerst tatsächlich in die Richtung von Schiiten auf. Also die haben auch ihre Unterstützung aus der schiitischen Richtung genommen. Oder wie es hier dann heißt, Aliden, vielleicht besser zu der Zeit noch. Es sind dann im Endeffekt noch doch über Sunniten geworden, aber die hatten das sehr ausgenutzt. Und dementsprechend dieser Mittelweg, den sie als Sunniten mit der Unterstützung von Schiiten gegangen ist, könnte auf diese Mutasiliten ganz gut schon gepasst haben. Das wäre dann auch eben, dass die Ansichten der Schiiten ganz gut auf die Mutasiliten passten. Aber im Grunde genommen sind die meisten Mutasiliten aber Sunniten. Trotz dieser Gemeinsamkeiten sollte nicht vergessen werden, dass viele der frühen Mutasiliten eindeutig sich auch gegen Schiiten stellten. Oder eben zumindest grundlegende schiitische Lehre vom Imamat ablehnten. Was ist das, Imamat? Also im schiitischen Glauben ist es ja so, dass am Ende der Zeit der Imam kommt, der dann vom jüngsten Gericht alle retten soll. Je nachdem, es gibt halt gewisse, also der Imam ist quasi der Kalif im Grunde genommen. Siebener Schia, Zwölfer Schia und so weiter. Je nachdem gab es schon so viele Imame, aber dann geht einer ins Verborgene oder es kommt irgendwann der Letzte und so weiter. Ja, zu den Schiiten und den ganzen Imamen wollte ich auch mal eine Folge machen, damit das mal irgendwie in den Kontext gerückt wird. Aber gut. Aber kehren wir jetzt erst einmal zu Nasur, wie kommt das R da rein? Das ist Nasution und seiner in Anführungszeichen Wiederentdeckung der Mutasila. In seinem Werk über den Mutasilismus zitiert dieser mehrmals einen Theologen mit dem Namen Kadhi Abd al-Jabbar. Genauer gesagt, ein Abd al-Jabbar zugeschriebenes Werk, das erst 1965 in Ägypten unter dem Titel Schach al-Ussul al-Khamsa, der Kommentar zu den fünf Grundlagen der Theologie, veröffentlicht wurde. Geschrieben worden ist es schon deutlich früher. Diese beiden Texte, als Abd al-Jabbars ursprüngliche Abhandlung und der moderne Kommentar von Harun Nasution, bilden dann auch eigentlich den Schwerpunkt der modernen Mutasila und damit auch so ein bisschen das Aufhängeobjekt unserer jetzigen, heutigen Folge. Aber auf der Suche nach den Ursprüngen der Mutasila müssen wir erst einmal wieder zurück und uns mit dem Islam im Allgemeinen beschäftigen. Da kommen wir nämlich zu deiner Frage. Theologische Diskurse finden im Islam seit der Entstehung statt. Wir haben auch einen eigenen Begriff dazu. Den Kalam hatte ich ja schon genannt, aber das ist länger eigentlich der Im al-Kalam, die Disziplin des Religionsstreits. Den Begriff übersetzt man häufig mit Theologie einfach, aber im Arabischen bedeutet Kalam eigentlich sowas wie Rede oder Diskurs. Also das schon mal als Theologie zu übersetzen, ist so ein bisschen schwierig. Diejenigen, die sich einer verbalen Kontroverse über die Frage des religiösen Glaubens führen, wurden als, und jetzt kommen wir, warum ich gerade eben schon mal sagte, das stellen wir jetzt erstmal hinten an, Mutter Kalimun bezeichnet, beziehungsweise Mutter Kalim. Dann hatten wir nämlich ganz am Anfang, oder was heißt ganz am Anfang, wir hatten mal einen Satz, den habe ich vorgelesen, nämlich nach dem 11. Jahrhundert und insbesondere unter dem Einfluss von Abu Hamid al-Khasali konkurrierte die aristotelische, philosophische Methode mit der eher dispositiven, disputativen Praktiken der Mutter Kalimun. Da sind die, also das sind diese, Mutter Kalimun sind die Leute, die den Kalam machen. Ah, okay. Der Begriff bezieht sich, also Mutter Kalimun oder Mutter Kalim, bezieht sich nicht nur auf muslimische Theologen, sondern eigentlich auf alles, also christliche, jüdische und andere religiöse Intellektuelle, die im Namen ihrer konfessionellen Gemeinschaften in theologische Auseinandersetzungen miteinander treten. Also das ist eben keine rein auf den Islam reduzierte Aussage. Würden die, sorry, ist vielleicht off-topic, aber seit du sagst, dass sie auch aristotelisch beeinflusst werden, würden die dann auch die Philosophen mit ihrem Diskurs darunter fassen oder eher nicht, weil die ja keine theologische Komponente haben? Das kommt ein bisschen, glaube ich, auf die Theologen an. So genau kann ich es ja gar nicht sagen. Aber manche Philosophen gehen ja in die theologische Richtung. Und wenn, dann schon. Und die Verbindung zwischen Philosophie und Theologie ist bei den, naja, das wirst du sehen, wie sehr das mit den Muttsasseliten verbunden ist. Okay. Wir haben dann auch Begriffe wie Mumin, das ist Gläubiger, Kafr, das ist der Ungläubige, Murtaad, die Religionsverweigerer, und Allah al-Kitab, das sind die Leute des Buches. Das sind so Begriffe, die immer im Mittelpunkt dieser Diskurse stehen. Also wer ist gläubig, wer ist ungläubig, was ist ein Religionsverweigerer, und Leute des Buches, das sind eben alle Religionen, die eine monotheistische Buchreligion haben. Also zum Beispiel das Christentum, das Judentum, teilweise noch die Zoroastra, die eben dann spezielle Verbindungen haben. Aber insbesondere auch das Juden- und das Christentum, die ja die Vorgängerreligionen sind, die auch so quasi vom Islam anerkannt sind, dass sie eigentlich an denselben Gott glauben, nur falsch dran glauben. Das macht es nochmal ein bisschen anders im Umgang. Und gerade in den ersten Jahrhunderten des Islams muss noch ganz schön viel definiert und ausgeformt werden. Unter den Muslimen selbst kam es zu sektiererischen Auseinandersetzungen, die die Meinungen sehr stark spalteten. Da diese sektiererischen Gruppen in den frühen islamischen Gesellschaften dann irgendwann normalisiert wurden, wurden viele von ihnen dann ja irgendwann als Schulen betrachtet. Das sind die Madhab oder Madhab. Also M, A, D, H, A, B so ungefähr. Und dieses D, H ist eigentlich unser Versuch, dieses D, also kein TH, aber so ein dumpfes TH auszudrücken. Ja. Weißt du, sorry, ich lenke mich dann da an und ab, aber ich denke gerade dran, dass diese Zeit, in der im Christentum super viel geschrieben und definiert wurde, genau in derselben Zeitspanne seit Gründung des Glaubens irgendwie liegt. Also es war ja auch so die, in der Spätantike, mit den Kirchenvätern so 300, 400 nach Christus und dann jetzt auch wieder so 300, 400 Jahre nach der Hetschra. Wir sind nicht 300, 400 Jahre nach der Hetschra. Im Islam passiert es früher. Im Islam passiert es quasi direkt nach dem Tod von Mohammed. Also schon im 7. Jahrhundert und 8. diskutieren die darüber. Aber der Islam hatte eine viel schnellere Ausbreitung erlebt als das Christentum. Ja gut, ich war jetzt bei der Mutasida selber. Die war nicht das Erste, wo das passiert ist. Das passiert ja schon davor. Aber ja, genau, in dem Grunde, also ab dem Zeitpunkt, wo die sich durchsetzten und damit Gesellschaften prägen mussten, ab dem Zeitpunkt fangen sie an, darüber zu diskutieren. Das ist im Christentum genauso. Also in dem Augenblick, wo sie so eine kritische Masse überschreiten, dass es nun mal plötzlich irgendwelche Regeln für irgendwas geben muss, worüber man vorher noch nicht nachgedacht hatte, dann beginnt das Ganze. Also im Grunde genommen hast du recht. Jetzt nur nicht, dass der Abstand gleich ist. Ja, okay. Die Muslime waren einfach viel schneller auf einem Niveau, dass das Christentum erst eben 200, 300 Jahre später erreicht hatte. Also vom 8. bis zum 11. Jahrhundert war die bedeutendste, ich sage mal, Kalam-Muthab, also ja, die Schule, die eben über die Auslegung diskutiert hat, eben die Mutasila. Und Kadi Abd al-Jabbar, den wir gerade eben schon mal kurz hatten, war sicherlich der letzte große Mutakilim, beziehungsweise Theologe dieser Mutasili-Schule. Sein aktives Leben als Scheich al-Muthasila, Scheich ist, ja, könnte man, Scheich ist superschwer zu übersetzen. Also Scheich natürlich, aber es gibt religiöse Scheichs, die ihr Geld damit oder ihr Lebensunterhalt damit machen, dass sie predigen, aber auch auslegen und so weiter. Das gibt es im Christentum jetzt gar nicht so von der Position her. Also sein aktives Leben als Scheich al-Muthasila fand an der Schwelle zum Niedergang der Schule statt, zusammen dann auch mit dem Verschwinden der großzügigeren Förderer des intellektuellen Lebens, also eben der Abbasiten-Kalifen. Aber, das sagte ich ja schon, Mutasili-Texte werden dann noch in den nächsten, ja, tausend Jahren kopiert und gelehrt. Vor allen Dingen eben in den schiitischen Regionen, im Jemen und im Iran. Aber meintest du nicht, dass die Mutasiliten eher sunnitisch sind? Ja, aber ihre Texte wurden von Schiiten übernommen. Ah, interessant, okay. Definitiv. Also deswegen, sie stehen ja so ein bisschen zwischen den beiden, definieren sich selbst, aber als Sunniten, werden aber von den Schiiten länger übernommen, was auch mit dem größten Widersacher der Mutasiliten im Sunnitentum zusammenhängt. Zu dem kommen wir später noch. Ah, okay. Ibn Hanbal ist dein Name. Kadhi Abd al-Jabbar beginnt seinen Text mit dem ersten Grundsatz der Mutasiliten, dass Gott auf rationale Weise erkennbar werden kann und muss. Und das ist schon mal ein ziemliches Dö-Dö-Döms ungefähr. Ja. Also rationale Weise muss man Gott erkennen. Im Kontext dann dieser klassischen Mutasili-Reflektion besteht die erste Pflicht eines jeden Muslims, darin zu wissen, dass Gott existiert. Jeder muss sich darüber im Klaren sein, existiert denn Gott wirklich? Das sind schon mal die ganz großen Fragen. Harun Nasution wiederum beginnt seine Abhandlung mit einer ebenso wichtigen Behauptung der Mutasili, die es auch schon damals gab, nämlich, dass die islamische Politik und Kalam aus einem einzigen beunruhigenden Ergebnis oder problematischen Erlebnis im entstehenden Islam entstanden ist. Also geht er direkt darauf ein, wie es denn zur Entstehung der Mutasila kam, nämlich die Ermordung des dritten Kalifen und Nachfolger Mohammeds als Oberhaupt der muslimischen Gemeinschaft, das war Uthman. Dass der bald darauf folgende Bürgerkrieg, das ist die schon von mir angesprochene Fitna, enorme Auswirkungen auf die spätere politische und soziale Geschichte des Islams hatte, ist bis heute unumstritten. Also das ist klar. Aber die Interpretation dieser Fitna und der darauf folgenden Jahre ist jedoch im Laufe der islamischen Geschichte umstritten gewesen. Der Text von Nasution erinnert sich daran, dass die Fitnas zunächst als politische und soziale Konflikte auftraten, aber im Nachhinein dann durch theologische Diskurse hervorbrachten und sich dann in sektierischer Gewalt entluden. Zwischen den extremen, miteinander konkurrierenden Interpretationen von Kalif Uthmans moralischem und religiösem Ansehen vertraten die Mutasiliten laut Nasution einen Mittelweg, der sowohl die ethische Verantwortung des Menschen als auch die sozialen Zusammenhalt zu bewahren suchte. Was das genau meint, ist auch jetzt an dieser Stelle nicht so genau wichtig. Dazu müsste man sich dann diese Streitigkeiten der Kalifen anschauen, der ersten. Aber erstmal schauen wir, denke ich, darauf, was denn diese Fitna überhaupt ist. In der islamischen Überlieferung wird diese Auseinandersetzung so dargestellt, dass Uthmans mekanische Stammesangehörige darauf bestanden, dass Ali ibn Abi Talib, also mekanisch, also aus der Stadt Mekka stammende, Stammesangehörige, dass Ali, eben jene rechtsgeleitete vierte Kalif, der auch der Schwiegersohn von Mohammed gewesen war, also der Ehemann von Fatima, der Tochter von Mohammed, dass der regieren sollte und den Tod an Uthman rächen sollte. Uthman wurde ermordet. Andere argumentierten dagegen, dass Uthman nicht nach den Grundsätzen des Korans und des Propheten regiert habe und deshalb die Strafe, also der Tod, verdient gewesen wäre. Also, Alis Kalifat wurde damit eigentlich zur Geisel dieser Fitna, die durch die Vereinbarung zwischen Ali und Muawiyah, dem Stadthalter von Damaskus, über die Frage der, ja, also, aufgrund einer Vereinbarung zwischen Ali und Muawiyah wurde die Frage der Nacht der Rache an ein Schiedsgericht übergeben. Also, ein Gericht sollte nun entscheiden, sollte sich Ali rächen an den Mördern seines Vorgängers. Diese Entscheidung wurde dann aber, ja, zugunsten Muawiyahs gemacht, nämlich das Schiedsgericht entschied, dass Uthmans Tod längst hätte gerecht werden müssen. Und Ali wollte das hier nicht wirklich. Und damit kamen seine Anhänger immer mehr in die Defensive. Also, das ist eben die Schia, die Schia hat Ali. Die Mitglieder von Alis Partei, die ihm vorwarfen, dass er diejenigen nicht verteidige, die den dritten Kalif zurecht ermordet hatte, spalteten sich dann von Ali und seiner Schia ab. Und das ist eben dann die Khawarij, das sind diese Khawarijiten, die abtrünnigen. Das ist immer so eine dritte Richtung, die es aber heutzutage eigentlich nicht mehr wirklich gibt, die auch so ein bisschen zwischen den Stühlen stehen. Die Fitna rief dann eine gegenteilige Reaktion vieler Muslime hervor, die argumentierten, dass nur Gott entscheiden kann, ob ein Muslim, der sündigt, wirklich ein Mumin, also ein Gläubiger ist. Also, darum geht es eben auch, dass dieses Nicht-Einhalten der Rache eine Sünde war. Und das heißt, die Frage, ist sogar Ali ein Sündiger, weil er den Mord an seine Vorgänger nicht gerecht hat? Interessant, dass es das Nicht-Rechen ist, was eine Sünde darstellt und nicht das Rechen. Und daher muss die Umar alle, die sich zum Islam bekennen, also die Muslime, alle Gläubige, die Muminun, akzeptieren und das Urteil über ihren Status als Gläubiger aufschieben und am jüngsten Tag in die Hände Gottes legen. Und diese Partei, die das eben so sagte, das wurden die Murschia. Man sieht schon, am Anfang haben wir ganz viele Auslegungssachen und Richtungen, das sollte sich dann im Laufe der Zeit noch so ein bisschen einpendeln. Aber genau diese Frage nahmen auch die Murschile auf. Wer darf entscheiden und wieso kann bzw. muss er denn entscheiden? Für sie ist das ja genau der Mensch, der durch logisches Denken entscheiden hätte können bzw. müssen. Nicht Gott, der Mensch muss entscheiden. Diese Frage wurde dann nämlich auch im Kreis der Gelehrten diskutiert, die sich um Al-Hassan in der Basra im Irak versammelten, weniger als ein Jahrhundert nach dem Tod des Propheten Mohammed. Zu den Gelehrten, die an dieser Diskussion teilnahmen, gehörten auch Wassil ibn Atta und Amr ibn Ubayid. Das waren auch die ersten Murschiliten. Der Überlieferung nach zögerte Al-Hassan von Basra, als jemand ihn fragte, ob ein schwerer Sünder als gläubig oder ungläubig zu betrachten sei. Wassil ibn Atta nutzte die Gelegenheit, um zu erklären, dass ein schwerer Sünder weder das eine noch das andere sei, sich vielmehr in einer Zwischenposition befände. Wassil soll daraufhin dann aus dem Haus und dem Kreis von Hassan sich zurückgezogen haben und mit einer Reihe von Hassan-Schülern sich einfach abgespalten haben. Hat der Islam denn sowas wie eine Hölle oder ein Platz oder Fegefeuer, wo Sündige bestraft werden? Natürlich. Ja, okay. Schon mal vom Scheitern gehört? Nee. Du kennst, also Scheitern? Scheitern? Ah! Also nicht das Wort Scheitern, aber der Scheitern ist also der Teufel halt. Ah, okay. Interessant, weil ich kann das eigentlich auch aus dem Deutschen, dass es dieses Wort gibt. Das ist das arabische Wort für Teufel, weil die bauen ja quasi im Grunde genommen darauf auf, auch auf das Christentum. Deswegen haben die fast alles, was das Christentum auch hat. Okay. Gut. Und ja, über Hölle und Himmel diskutieren wir mal in einer anderen Folge im Islam. Das ist ja nochmal was ganz Eigenes. In der nächsten Generation nach Vasil und Amr, das waren ja die beiden Begründer oder mit die Begründer, also dann am Beginn des Abbasidenreichs im Irak, spaltete sich dann die Mutasila-Mathab in zwei Hauptzweige. Das ist die Auslegung in Basra. Basra liegt im Südirak, ganz nah an der Grenze zu Kuwait zum Beispiel heute, beziehungsweise Saudi-Arabien. Und eben Bagdad, auch im Irak, Hauptstadt. Ich denke, Bagdad kann man kennen, oder? Ja. Aber damit sind wir jetzt weit über die Zeit der Fitner hinaus. Es ist aber unbestreitbar, dass der Mutasilismus eine politische Bewegung ist. Und dabei weder wirklich pro- noch anti-schiitisch war. Aber westliche Historiker haben die Mutasiliten als Rationalisten und als heterodoxe Theologie charakterisiert. Einige muslimische Historiker haben die Mutasili jedoch häufiger beurteilt, ja negativer oder härter beurteilt, da sie Unglauben, also Kufr, in ihren Behauptungen sahen, dass der Koran geschaffen wurde und dass der Mensch einen freien Willen und die Macht habe, danach zu handeln. Nur hier mal um zwei der umstrittenen Meinungen der Mutasili zu nennen. Also der Koran wurde durch Menschen geschaffen und der Mensch hat einen freien Willen, auch dann danach zu handeln nach seinem freien Willen. Was ist denn dann das Gegenteil? Also, dass der Koran von Gott gegeben wurde? Ja, aber... Und dass Gott das Schicksal der Menschen bestimmt. Ach so, dass du gar keine andere Wahl hast, als dem Ganzen zu folgen? Ja. Ah, okay. Das ist schon, also... Ich meine, auch im Christentum war es ja lange so, dass Gott dein Schicksal bestimmt. Ja, ja. Das ist schon relativ, also gerade für die Zeit... Klar, ich habe nur... Das ist so weit weg, dass ich da jetzt gar nicht... Ja, ja. ...das auf dem Schirm hatte. Im 10. Jahrhundert entstehen dann zwei weitere dieser Matabs, dieser Schulen, in sehr starker Opposition zu Mutasila. Das waren die Aschariya, also die Aschariiten, und die Muturdiyya, die Muturditen. Die Aschariya forderte den Einfluss der Mutasila im Irak und im Iran heraus und die Muturdiyya in Horsan und Zentralasien. Beide Schulen stellten den Kalam in den Dienst der Verteidigung dessen, was wir heute als orthodox, beziehungsweise traditionelle islamische Theologie bezeichnen würden. Wie die vier Matabs der sunnitischen Rechtswissenschaft, die wir heute eigentlich als die größten kennen, das ist Hanafi, Shafi'i, Hanbali und Maliki, werden die Kalam-Mathabs der Aschari und der Maturdi heute allgemein als eher akzeptable alternativen Traditionen im Lehrdiskurs anerkannt. Die sind weniger, definitiv, und nicht mehr so verbreitet neben den vier großen, aber das sind heute noch anerkannte sunnitische Rechtsauslegungen und Theologieauslegungen. Aber kommen wir erstmal zu den fünf Grundprinzipien der Mutasila, die uns auch zum Beispiel Abd al-Jabbar genannt hat. Das Wichtigste ist die Leugnung der Eigenschaften Gottes, eine Weiterentwicklung der grundlegenden islamischen Lehre von der göttlichen Einheit oder Tauhid. Also es ist ähnlich wie, ich sage mal ganz plakativ bis umfassend, wie im römischen Glauben. Irgendwann hat Gott, hat Allah gewisse Eigenschaften bekommen, die ihn als etwas anderes charakterisieren. Und dann gibt es quasi so einen Allah dafür, einen Allah dafür, aber es gibt, also sie sagten eben, es gibt keine Eigenschaften für Gott. Gott ist Gott. Und sie bekräftigen dann, dass Gott durch sein Wesen wissend ist, und durch sein Wesen mächtig und durch sein Wesen lebendig ist. Gott Attribute zuzuschreiben, die von seinem Wesen getrennt sind, bedeuten für die Mutasila-Zyliten dann die Sünde der Vielgötterei, da sie sie eben als getrennte Götter betrachten. Also keine Spezialisierung, sondern allumfassend. Ja. Okay. Sie unterscheiden dann aber trotzdem zwischen Wesen und Handlungsattributen. Ersteres sind diejenigen, die einen integralen Bestandteil des Wesens Gottes bilden, also Leben, Kraft, Wissen, Wille, Sprache, Hören und Sehen. Eigenschaften, ohne die Gott nicht Gott wäre. Also ein Gott muss ja sehen, ein Gott muss hören, ein Gott muss sprechen können, ein Gott muss einen Willen haben, muss Wissen haben, Kraft haben. Letztere sind dann Attribute, die Gott aktiviert oder nicht aktivieren kann, wie zum Beispiel Schöpfer oder Richter zu sein. Das passt auch noch so ein bisschen. Aber das sind Sachen, die jetzt nicht direkt die Eigenschaften sind, die ihn ausmachen, sondern Sachen, die er eben aktivieren kann. Klingt ein bisschen kompliziert, aber das ist jetzt noch Anfängerniveau. Es wird noch ein bisschen mehr die Gehirnstränge verknoten. Gut und Böse sind dann aber auch abstrakte Begriffe. Bei die gibt es als nächstes der zweite Grundsatz, der besagt, dass der Mensch an seinem Handeln völlig frei ist und sich in Gut und Böse wählen kann. Das gibt ihm nicht Gott vor. Gott sagt ihm nicht, was Gut und Böse ist. Teilweise durch den Koran, aber der ist auch menschlich nicht geschaffen. Es sind abstrakte Begriffe, die nicht von der Offenbarung abhängen. Eine Auffassung, die dem größten Teil der klassischen islamischen Theologie zuwiderläuft, sowieso der Religionen zuwiderläuft. Insbesondere in Bezug auf das Böse kann Gott nicht vollständig verantwortlich gemacht werden. Gott ist nicht dafür verantwortlich, wenn du etwas Schlechtes machst. Und was Schlechtes, das muss die Menschen eigentlich ausdiskutieren. Was ist für die Menschen schlecht, sagt dir nicht Gott. Das sagt dir der Diskurs der Menschen. Das dritte Prinzip ist, dass Gott dem Guten eine angemessene Belohnung versprochen hat, während das Böse eine entsprechende Strafe erhält. Aber auch hier ist Gottes Allmacht in einem gewissen Maße begrenzt. Gott kann nicht alles wissen, was du machst. Gott ist nicht immer in der Lage, dich auch direkt zu bestrafen oder dich zu belohnen. Das musst du selbst machen. Al-Hassali entgegnet dieser Ansicht, das ist eben der erste große Theologe, der dann dagegen argumentieren wird, dass es Gott freisteht, einen guten Menschen auch zu bestrafen und einen Sünder zu belohnen, wenn er dies wünscht. Das kann er jederzeit. Das wäre für die logische, das rationale Verständnis der Muttersiliten unvorstellbar. Gott bestraft den Guten, das macht der Gott, der Muttersiliten macht das nicht. Der vierte Grundsatz wird dann als Zwischenstellung bezeichnet, wobei der Sünder bis auf halben Weg zwischen Glauben und Unglauben stehen beschrieben wird, da sie weder als völlig gläubig noch als völlig ungläubig angesehen werden. Da sind wir jetzt wieder bei diesem alten Diskurs, die schon ein paar Mal angestoßen worden sind. Also was ist ein Ungläubiger? Indem sie dieses Prinzip akzeptieren, setzten die Muttersiliten im Grunde die Rechtsprechung darüber aus, wer zwischen Ali und Muawiyah im Unrecht war. Es ist für die egal, jetzt im übertriebenen Sinne, ob es Ali oder Muawiyah recht hatte. Der fünfte Grundsatz, und deswegen sind sie auch so jetzt zwischen den Stühlen in der Auslegung. Der fünfte Grundsatz besagt, dass der wahre Gläubige den Glauben auch unter Einsatz seines eigenen Lebens verteidigt und danach streben muss, die Verübung von Bösem zu verhindern. Also das ist nochmal so eine ganz klassische Auslegung des Islams und der Religionen. Aber das ist doch dann eigentlich widersprüchlich gegenüber dem Zweiten. Wenn doch nicht klar definiert werden kann, sondern erst durch Diskurs rausgefunden werden kann, ist es doch gar nicht so einfach und einfach machbar, Böses zu bestrafen. Ja, du musst es halt vorher ausdiskutieren. Uff. Genau daran ist die Mutasilie ja gescheitert. Ich kann euch schon mal so viel verraten. Das war eine Religion für die absolute Elite. Also das war halt die Religion der Gelehrten. Das war Leute, die sich Tag ein, Tag aus dem Kopf über irgendwelche Fragen zerbrochen haben. Die einfache Bevölkerung hat mit dieser Religion wenig anfangen können. Dann schauen wir aber noch ein bisschen weiter nach den Anfängen nochmal. Ich hatte sie schon ein bisschen umrissen, aber vielleicht gebe ich erst ein paar mehr Informationen dazu. Wir haben eben die Anfänge um diesen Sheikh al-Hassan al-Basri. Also von Basra, Basri ist die Bezeichnung der Herkunft, den hatten wir schon. Hassan ist in der Geschichte der islamischen Denkens vielleicht am besten für seine unverblümte Abhandlung in Antwort auf den Kalifen Abd al-Malik über die Frage des freien menschlichen Willens gegenüber der göttlichen Vorbestimmung in Erinnerung geblieben. In seiner Risalah, also in seiner Abhandlung, verwendet Hassan al-Basri zahlreiche Beweistexte, um zu argumentieren, dass der Mensch mit der Freiheit geschaffen wurde, seine eigenen Handlungen zu begehen und dass er daher die moralische Verantwortung für diese trägt. Also ein Mensch ist auch dafür verantwortlich, was er macht. Er kann es frei wählen, dann wird er natürlich auch verantwortlich. Ich finde das eigentlich immer schon sehr fortschrittliche Gedanken. Diejenigen, die für die menschliche Fähigkeit und den freien Willen zu handeln plädierten, wurden als Kadaria bzw. Kadariten bezeichnet. Abgeleitet von Kadar, dass ja auch die Muttersiliten später als die Macht oder die Fähigkeit definierten, eine autonome Handlung durchzuführen. Also das waren so die Vorläufer der Muttersiliten. Und auch, ja, die Muttersiliten verfeinerten und definierten und verteidigten später diese Doktrin der menschlichen Freiheit. Ihre Gegner, man könnte sie so ein bisschen als Zwangstheoretiker, Musbira bezeichnen. Also Leute, die, ja, eben im Gegensatz stehen dazu oder als Unfreiheitstheoretiker, vertraten die Ansicht, dass alles menschliche Handeln göttlich abgeleitet und somit allein in Gottes Kadar verwurzelt sei. Also in Gottes Willen. Gottes Willen, in Gottes Willen. Also, dass Gott eben vorgibt, was passiert. Da gibt es auch einen Begriff, den man die ganze Zeit auf der Zunge legt. Mit D fängt er an. Naja. Keine Ahnung. Ich google, während du weiter erzählst. Okay. Sie bemühten sich auch um dann einen Mittelweg, in dem sie behaupten, dass der Mensch zwar autonom, also einen eigenen Willen hatte und danach handelte, aber die Macht zum Handeln von Gott im Moment das Handeln erhält, wodurch Gottes Allmacht auch irgendwie bewahrt wird. Ganz komisch. Also, macht wenig Sinn aus unserer Sicht. Sie sind frei, weil Gott ihnen in dem Augenblick, wo sie frei sind, die Freiheit gibt, zu tun, was sie wollen. Eine Sekunde vorher waren sie es noch nicht. Von den Ereignissen während der Fitna und der Entstehung in Basra und Bakrat haben wir dann schon gehört. Deswegen spare ich die an dieser Stelle erstmal. Determinismus meine ich. Ah, ja. Genau. Obwohl die Mutasiliamathab in Basra älter war und auch das größere Ansehenden genoss, war Bagdad, die Hauptstadt der Abbasiden und die Mutasili-Gelehrten standen dort den führenden Persönlichkeiten der Abbasiden-Regierung näher und damit hatten sie mehr Geld, mehr Einfluss. Im Laufe der Zeit fanden dann immer mehr Gelehrte der Mathab von Basra den Weg nach Bagdad, um mit den dortigen Gelehrten zu streiten und zu lehren. Die Mathab von Bagdad wurde direkt in den politischen Angelegenheiten verwickelt, als das Inquisitionstribunal Inquisitionstribunal eingeleitet wurde. Darüber werden wir später nochmal sprechen, was das Inquisitionstribunal ist. Mit der Umkehrung dieses Tribunals während der Herrschaft von Al-Mutawakil um das Jahr 850 geriet vor allem die Bagdad der Mutasili, aber auch diese ältere Zweigler Schule in Basra in politische Ungnade und wurde zum Gegenstand von Ressentiments und Misstrauen in der Bevölkerung. In Basra verfasste zu dieser Zeit der große arabische Literat und auch Befürworter der Mutasila also das ist Al-Jahirs das ist der Käferäugige finde ich einen schönen Namen eine heute verlorene Abhandlung mit dem Titel Fidlat al-Mutasila die Vortrefflichkeit der Mutasila um das gefallene Image wiederherzustellen. Sollte ihm aber nicht wirklich gelingen. Für den Bagdad der Zweig der Mutasila war Abul Qasim al-Balhi der bedeutendste Denker des klassischen Zeitalters. Er ist 929 verstorben. Er erwarb sich in Bagdad einen Ruf als Theologe aber seinen größten Einfluss übte er in Chorhasan und Transoxanien also an den nordöstlichen Grenzen des islamischen Herrschaftsgebiets aus wo er auch während den letzten Jahren seines Lebens dann lehrte und lebte. Zum eigentlichen den Niedergang der Mutasila kommen wir dann später erst einmal möchte ich jetzt was zu diesem Rationalismus sagen den ich jetzt schon ein paar Mal angedeutet und erwähnt habe. Man muss dabei auch feststellen dass der Begriff Rationalismus mehrere Bedeutungen hat. Für uns ist es meistens ja als Bezeichnung für Denksysteme und bezieht sich damit auf das 17. und 18. Jahrhundert in der westlichen Philosophie als das eintrat. Es ist also sowohl ein modernes als auch westliches Konzept das mit Vorsicht auf die vormoderne und nicht westliche intellektuelle Tradition angewandt werden muss. Während der Aufklärung lehrten Philosophen wie Descartes Spinoza und Leibniz dass alleine die Vernunft und nicht religiöser Glauben ausreicht um die Natur dessen was in der Welt existiert zu erkennen. Die Mutasila wäre mit einigen der Grundsätzen des Rationalismus der Aufklärung einverstanden gewesen. Charakteristisch für die rationalistische Philosophie der Aufklärung war auch die Auffassung dass alles was der Mensch wissen kann durch ein einziges universelles deduktives System gebildet wird. Der französische Philosoph Montesquieu charakterisierte den rationalen aber dennoch bemerkenswerten theologischen Charakter des Universums wie folgt Zitat Gesetze in ihrer allgemeinsten Bedeutung sind die notwendigen Beziehungen die sich aus der Natur der Dinge ergeben in diesem Sinn haben alle Wesen ihre Gesetze die Gottheit hat ihre Gesetze die materielle Welt hat ihre Gesetze die den Menschen übergeordneten Intelligenzen ihre Gesetze die Tiere ihre Gesetze der Mensch seine Gesetze also auch irgendwie rational aber doch immer noch theologisch würde also für die Mutasila ganz gut passen in Kapitel 5 Abschnitt 7 2.8 schrieb Abd al-Jabbar dass Gott niemals eine Istifzad al-Adilla eine Verfälschung von Beweisen zulassen würde das heißt einen Verstoß gegen das übliche Muster der Art und Weise wie die Dinge im psychischen im physischen Universum also der Natur geschehen würden das wäre nicht möglich die Mutasili vertrauten in die rationale und erkennbare Natur der physischen Realität das meint dass Gott seine Geschöpfe nicht täuschen würde indem er ein irrationales Universum erschaffen würde wie Montesquieu viele Jahrhunderte später vertraten auch die frühen Mutasiliten die Auffassung dass Gott nach rationalen Gesetzen handeln würde für die Mutasila von Basra waren die einzigen irrationalen Ereignisse die in einem göttlich geschaffenen rationalen Universum denkbar waren eine streng begrenzte Anzahl von Wundern diese Richtung also der Basra Zweig gehörte auch Abd al-Jabbar an und die konstruierte dann eine Metaphysik jetzt habe ich extra für Karel was rausgesucht jetzt ist er nicht da der atomistischen Okkasionalismus das muss man mal sacken lassen das atomistischen Okkasionalismus weißt du was der Atomismus war Nein aber ich Okkasionalismus Occasion also ja Deutsch Nein 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 Nicht Okay Als Okkasionalismus wird in einem 17. Jahrhundert prominente philosophische Position zum sogenannten Seele-Leib-Problem bezeichnet Ich lese nur die Definition vor Sie ist ein auf der kartesischen Lehre aufbauende Versuch das Influx Physikusproblem durch die Annahme von gelegentlichen Eingriffen Gottes in das Weltgeschehen zu lösen Was? Oder auch anders hier diese Definition von dem französischen Philosophen Descartes ausgerichtete ausgehende Theorie ja der heißt Descartes bei mir Nein nach der die Wechsel nach der die Wechselwirkung zwischen Leib und Seele auf direkten Eingriffe Gottes zurückgeführt wird Aha Also Geist über Körper nur dann wenn Gott es erlaubt Ja Ich muss gestehen so ganz habe ich das System noch nicht verstanden Ich bin nicht in die Richtung unterwegs aber ich kann noch kurz was sagen zu Atomismus vielleicht sind die Leute intelligenter als ich Der Ausdruck Atomismus bezeichnet entsprechend seiner griechischen Etymologie ganz allgemein die Annahme dass ein Bereich aus kleinsten fundamentalen nicht teilbaren und anderen Elementen reduzierbaren Elementen besteht Also der Atomismus auch Atomistik genannt bezeichnet eine kosmologische Theorie der zur Folge das Universum aus kleinsten Teilen den Atomen zusammengesetzt ist das sich in vollkommen leerem Raum bewegt Diese Atome werden als diskret unendlich hart unveränderlich und ewig gedacht bla ja und so weiter und so fort also das ist die antike Definition des Ganzen also der Atomismus ist eine antike Theorie nach Demokrit und Epikur und so weiter und so fort Ja gut die galt ja so lange bis sie es geschafft dann haben einen Atom zu spalten ja jetzt mentale physische Ereignisse werden von Gott registriert daraufhin versucht die andere ah also das mentale Ereignis Hunger löst dann das physikale Ereignis etwas Hunger über Gott aus und das physische Ereignis wie ein Stich löst dann über Gott das mentale Ereignis Schmerz aus Ach du Scheiße ich hab ja Gott aber ganz schön beschäftigt ähnlich wie die griechischen Atomisten vertrat nun die Mutters Eliten die Auffassung dass die physische Realität aus grundlegenden physischen Einheiten oder Atomen und Attributen besteht die den Wesen ihre Form Farbe und andere Eigenschaft verliehen hat oder verleiht im Gegensatz zum Okkasionalismus des französischen Rationalisten Malebranche und im Gegensatz zu den atomistischen Okkasionalismus der Acharya also das ist ja auch so eine Auslegung des Islams machte die Basra Mutsassila Gott jedoch nicht zur effizienten Ursache für alles was im Universum geschieht also eben wenn jemand wenn es etwas gibt was Hunger macht geht das nicht über Gott und dann hat der Mensch Hunger so ungefähr also da ist dann Gott draußen sie vertraten die Ansicht dass der Mensch für seine eigene Handlung verantwortlich ist und somit eben auch die moralische Verantwortung für diese trägt die Mutsassiliten behaupteten ferner dass sich diese ständig geschaffene Realität nach bekannten Mustern von Ereignissen oder der Natur verhält auf denen das menschliche Denken über die Welt beruht die größte religiöse und politische Opposition gegen die Mutsassila innerhalb dieses sozialen Gefüges der islamischen Gesellschaft im 9. bis 11. Jahrhundert ging es nicht von den Aschadi oder Maturidi aus das waren ja die beiden die wir schon angesprochen haben sondern von einer eher losen Gruppierung von Traditionalisten und da haben wir eben den Ibn Hanbal das war auch ein Theologe und von ihm gehen die Hanabaliten aus die Hanabali das ist eine der vier Schulen die wir heute auch noch haben das ist auch immer noch heute die orthodoxe Auslegung sehr eng verbunden mit den Salafisten den Wahhabiten und so weiter und so fort also das sind quasi das ist die Auslegung des Islams die sehr wortwörtlich ist die heute auch im Saudi-Arabien vorherrscht zum Beispiel Hanabaliten der Traditionalismus fand dabei besonders Unterstützung in der einfachen Bevölkerung das war das was ich ja schon schon sagte also nicht uns nicht nur uns ist sie momentan so das war damals auch so also das waren hochkomplexe Gedanken Muster Strukturen Ideen Theorien die damals eben auch nur von einer absoluten Oberschicht verstanden worden sind willst du jetzt sagen wir sind Peasants weil wir das nicht verstehen ich spreche auch von mir also ich zumindest habe so meine Probleme damit ja alles gut für die Traditionalisten war die unabhängige Argumentation der Ichihad eines gläubigen sunnitischen Muslims mit gesundem Verstand bei der Auslegung der Scharia maßgeblicher als die blinde Akzeptanz Taklit der Lehre der Ulama also die Ulama sind die Rechtsgelehrten also die Theologen quasi der Muttersiliten die die Sachen sagen das ist jetzt so und das war jetzt für diese für den Ibn Hanbal der sagte im Grunde genommen in übertriebenem Sinne wir sind zu dumm um euch zu verstehen und das geht nicht deswegen müssen wir es leichter machen so ganz plakativ gesagt für die Rationalisten wiederum der ja die ja dem einfachen Muslimen nicht die Auslegung zurechnen wollten also die Mutsassiliten sagten wiederum dass der einfache Mensch nicht in der Lage sei das zu verstehen was sie machen weil sie eben nicht intellektuell hoch genug sind und deswegen dürfen sie das gar nicht machen beziehungsweise deswegen sollen sie es ja gar nicht machen deswegen sollen sie nicht den Koran auslegen und die muslimischen Gesetze ein Werkzeug um den rationalen Menschen zum islamischen Glauben zu bringen von dem aus sie dann auch ja die Vorteile der Annahme von Gottes offenbarten religiösen Pflichten entdecken konnten das ist was ist das was ich jetzt hier beschrieben habe das ist die spekulative Vernunft Nazar diese spekulative Vernunft wäre sogar dem Glauben vorgelagert also immer weiter diese dass die Vernunft eben noch wichtiger ist als der Glaube selbst auch an dieser Stelle Traditionisten muss mit Bedacht verwendet werden Traditional ist ja oft bei uns so ein Gegensatz von Moderne mit Tradition wird oft eine statische irrationale und kulturelle monolithische Vergangenheit assoziiert während dann eben modern mit dynamisch rational und kulturell pluralistische Gegenwart impliziert wird das ist aber so ein bisschen schwierig der Begriff Traditionalismus bezieht sich in diesem Fall auf die Tatsache dass viele der intellektuellen Führer der Hanbali Bewegung in ja einer früheren islamischen Gesellschaft wo Hadithun waren also gelehrte die die prophetischen Traditionen überlieferten und dann auch studierten also eine gewisse Art von Rechtsgelehrten die Traditionalisten schätzten diese Aussprüche von und über dem Propheten Mohammed die von seinen Gefährten aber auch von den zwei weiteren Folgengenerationen überliefert worden waren mehr als quasi also sie sagten quasi der Prophet hat das gesagt und deswegen ist das so deswegen Traditionalisten irgendwie während wohingegen die Mutter Silla sagt ja Moment einmal macht das denn Sinn was der sagte ich denke man versteht den Unterschied ganz gut die führenden Persönlichkeiten in den ersten Generationen beginnt mit den Sahabah werden dann als Gefährten werden als Salaf Vorväter oder Salihun Rechtsschaffende bezeichnet und Salaf Salafiten da kommt der Begriff her der Haupt Streitpunkt zwischen den Traditionalisten und den Muttersaliten war aber insbesondere die Autorität zweier Texte da geht es weiter was stimmt was ist göttlich was ist nicht göttlich was ist menschlich alles was menschlich ist kann irren also wenn der Koran eben darum geht es hier ist es Gottes Wort oder ist es eben Menschens Wort und ist die prophetische Praxis also die Sunna wie kann man die benutzen für die Traditionalisten ist die Sunna fast schon wie das Wort Gottes für die Muttersilla ist es eben das Wort von Menschen und damit auch die Hadithen also diese überlieferten Berichte zu diesen beiden Texten fügten die meisten traditionellen Muslime die grundlegenden Prinzipien des Konsens der Ijima und des Analogieschluss Kias also Konsens und Analogieschluss wurden ungefähr bis zum 12. 13. Jahrhundert gemacht dann wurde es leider relativ gestoppt aber das sind nur die Möglichkeiten also das ist das was du gerade eben angespielt hast wir treffen auf eine Gesellschaft irgendwann auf neue Fragen wie gehen wir jetzt damit religiös um und dann gibt es die Prinzipien des Konsens Ijima und der Analogieschluss des Kias man versucht eben eine ähnliche Situation zu finden dann eine Analogie zu machen das wäre Kias oder man sagt die Ulama die Rechtsgelehrten müssen sich darüber im Konsens sein wie das Ganze auszulegen ist das ist der Ijima die Traditionisten behaupten nun dass die Texte selbst ihre eigenen Erklärer und Sinnquellen seien also die Texte würden sich aus sich heraus selbst erklären die Mutasila wiederum akzeptiert die Vernunft zum Garant dafür zu bestimmen was der Text des Korans und die Hadith unter bestimmten Umständen bedeuten würde sagen wir so im Endeffekt kommt es meist auf dasselbe hinaus dass beide interpretieren was da steht aber der Hintergrund ist ein anderer die einen sagen wir interpretieren nicht das ist der Text was da steht die anderen sagen wir interpretieren interpretieren tun es beide ich denke man weiß warum gerade eben zu dieser Zeit als der Koran noch nicht mit den diakritischen Zeichen versehen war konnte man den ja noch sehr lesen wie man wollte bevor wir jetzt weitermachen wollte ich mit den was Zeichen versehen diakritischen Zeichen kennst du die arabische Schrift im Koran ich sehe das was hinter dir ist siehst du diese ganzen roten kleinen pünktlichen da drin ja also die arabische Schrift ist eine Konsonantenschrift im Grunde genommen ich kann dir ein Beispiel jetzt nennen nehmen die Buchstaben KT und und B dann fügst du dazwischen Vokale ein und hast ein Wort KTB sind die Radikalen die jetzt alles was mit Schreiben zu tun hat also das Kitab ist das Buch Katab ist das Verb Schreiben und so weiter und so fort der Schreiber die Schreibstube alles so mit diesem KTB Ah das hattest du in der in der Karl-Mai Folge erwähnt dass die halt nur im Koran sind aber halt dann sagen welche Vokale wohin kommen genau also es gibt manchmal noch lange Vokale die werden ausgeschrieben bei Kitab zum Beispiel ist das A geschrieben aber das I nicht also da steht Kitab man versteht es immer noch im Grunde funktioniert ja auch im Deutschen lass die Vokale weg und du kannst es eigentlich lesen manchmal gibt manchmal so ein paar Wörter die so widersprüchlich sind die man doppelt auslegen kann natürlich gerade wenn du immer KTB schreiben tust ist das jetzt der Schreiber steht da jetzt schreiben steht da jetzt Buch also was was steht da jetzt genau ähm denke mir witzig vor der Schreiber schreibt ein Buch genau im Grunde genommen steht das da aber das heißt anders ja schon klar äh jetzt ist es aber so dass es eben diese dirkretischen Zeichen gibt die dann die Vokale auch anzeigen die von kurzer Position damit kannst du das Wort nicht mehr falsch lesen also dann steht dann eben K ein Strich unten das ist für ein I und dann T äh großes also das A ist ja ausgeschrieben und dann B da steht ein Kitab kannst du lesen kannst du nur als Kitab lesen und das ist irgendwann im Koran passiert wobei natürlich jeder der Matabs den Koran anders gelesen hat das unterscheidet sich nicht in großen Teilen aber zum Beispiel auch zwischen Sunni und Shia gibt es da schon Unterschiede im Koran selbst also die ersten Korane sind noch ohne die diakretischen Zeichen es ist sogar noch viel schlimmer die ersten Korane sind also es gibt zum Beispiel den Buchstaben B kann man sich jetzt in isolierter Form vorstellen wie so eine Schüssel sage ich jetzt mal also unten so ein langer Strich und dann so rechts und links so kleine Klappen nach oben und mit zwei Punkten drunter das ist ein B sind die zwei Punkte aber nicht drunter sondern drüber das ist ein T ja die haben die Punkte einfach weggelassen das heißt du kannst du weißt nicht ob es ein T oder ein B ist schön ja ja dann ist die Auslegung natürlich noch sehr viel spaßiger ja und das macht es aber halt auch gerade diese uralten Korane also die haben relativ schnell haben sie festgestellt dass das problematisch ist aber daher kommt es auch noch mit dem Koran auswendig lernen unter anderem also wenn du den auswendig kannst brauchst du den eh nicht lesen genau also irgendwann wurden dann auch diese Punkte angesetzt und dann irgendwann diese dirkritischen Zeichen deswegen ist dann der Koran nicht mehr falsch zu lesen ja okay jetzt verstehe ich danke so wo waren wir wir wollten noch was zum Verständnis des Korans durch die Mutaseliten wollte ich noch was erzählen obwohl es ja das unmittelbare Wort Gottes ist ist der Koran nach Ansicht der Mutaseliten geschaffen seine Ewigkeit zuzugeben wäre so als würde man die Existenz eines weiteren ewigen Attributes zugeben das sich vom göttlichen Wesen unterscheidet also wenn der Koran göttlich wäre wäre der Koran dann ein Gott die zentrale Bedeutung dieses Dogmas von der Schaffung des Korans für die Mutaseliten zeigt sich darin dass als der Kalif die Mutasila zur offiziellen Theologie des Reichs erklärte das entscheidende Kriterium für die Rechtsgläubigkeit gerade in der Annahme beziehungsweise Ablehnung der Vorstellung darin besteht dass das Wort Gottes in ihm ewig sei also die Mutasila wurde irgendwann eben die offizielle Mathab der Abbasiden und wer sich dem anschloss der musste eben sagen ja ist es nicht so dass der Koran ewig und göttlich ist der Koran ist menschengeschaffen der Koran kann auch sogar verändert werden im Endeffekt dadurch das ist eigentlich ein ziemlich krasser Schritt man stelle sich mal vor man wollte heute die Bibel verändern ja gut gibt es ja aber ja du darfst den Koran offiziell nicht mal übersetzen ja ich meine Bibel gibt es ja sogar inzwischen in genderneutraler Form wo irgendwie alles gegendert ist also okay ja ich wollte es irgendwie auf unseren Kontext übertragen ja hat nicht so funktioniert hast schon recht aber ja dass man den Koran nicht mehr übersetzen darf das habe ich schon gehört deswegen heißen alle Übersetzungen die du findest auch nur irgendwie in grobe Annäherung oder so weil es offiziell keine Übersetzung ist um die Lehre vom geschaffenen Koran durchzusetzen organisierte der Kalif dann mit Hilfe eines muttersealitischen Richters das angesprochene Inquisitionstribunal das eben nun Theologen und Juristen mit gegenteiligen Ansichten sogar verfolgte und dies war keine bloße theologische Haarspalterei wenn der Koran tatsächlich geschaffen worden wäre kann er von den Interpretern insbesondere dem Kalifen ausgelegt und verändert werden und da kommt auch der Grund warum die Kalifen die Muttersealer unterstützten sie bekamen dadurch theoretisch eine Menge Macht weil sie damit ganz viel der Macht die der Ulama angehört also den Rechtsgeklärten die können sie nun selber an sich reißen indem er die muttersealitische Theologie mit der Lehre vom geschaffenen Koran durchsetzte versuchte der Kalif seine eigene Autorität nicht nur politisch sondern auch religiös durchzusetzen das Tribunal wurde jedoch nicht nur von traditionalistischen und konservativen Rechtsgelehrten abgelehnt sondern auch vom Volk von den einfachen Menschen der theologische und politische Plan des Kalifen war zum Scheitern verurteilt und machte den Weg frei für den Triumph dieses klassischen Sunnitentums aber diese Episode zeigt deutlich dass die romantische Interpretation der muttersealiten als Verteidiger des freien Denkens als gelehrte Freigeister jetzt nicht unbedingt mehr so haltbar ist in Wirklichkeit waren auch die muttersealiten strenge Theologen die einmal wenn sie an der Macht waren intolerant genug waren um nicht zu zögern ihre gefährlichen Gegner zu verfolgen auszuschalten und zu töten auch sie waren strenge Muslime sie versuchten die grundlegenden theologischen Lehren ja auf ihre Weise eben zu interpretieren und auszulegen es ist an dieser Stelle aber denke ich wichtig sich darüber im Klaren zu sein dass die Hanbali Traditionisten und die zeitgenössischen Islamisten nicht leugnen dass der Mensch von Gott mit Intelligenz geschaffen wurde sie bestreiten auch nicht dass vom Menschen erwartet wird dass er seine rationalen Fähigkeiten einsetzt und auch die Mutasili Rationalisten und die islamischen Modernisten leugnen nicht die Autorität des Korans und der Sunna das Problem besteht darin dass der Ausgangspunkt für die Traditionisten die Offenbarung ist während für die Mutasila die Vernunft gilt also die Mutasila sind eben an allererster Stelle die Vernunft das ist das wichtigste damit kann man sich alles erschließen selbst eben im Grunde genommen diese alte Sache wenn die Vernunft sagt dass es keinen Gott gibt dann gibt es keinen Gott so weit gehen die Mutasila nicht aber das wäre im Grunde genommen die Schlussfolgerung und die Traditionalisten nehmen eben diese Offenbarung als gegeben an das Dilemma zwischen Vernunft und Offenbarung war bereits einige Jahrhunderte zuvor auch bei Platon in seinem Dialog zwischen Sokrates und Eutifro dargelegt worden ich glaube der Mensch heißt Eutifro während er auf seinen eigenen Prozess wartete traf Sokrates auf Eutifro einen frommen jungen Mann der seinen eigenen Vater wegen Totschlag anklagte weil er einen Diener getötet hatte der selbst ein Mörder war Sokrates fragt im Namen des Zeus Eutifro glaubst du dass du die göttlichen Gesetze das Heilige und das Unheilige so genau kennst dass du wenn die Tatsachen so sind wie du sagst keine Angst hast selbst etwas Unheiliges zu tun wenn du deinen eigenen Vater wegen Mordes anklagst Eutifro antwortete dass er sich seiner eigenen Kenntnisse des göttlichen Gesetze völlig sicher ist dies beruht auf seiner Überzeugung dass Zitat das was alle Götter lieben heilig ist und andererseits das was sie alle hassen unheilig ist Zitat Ende Sokrates stellt Eutifros Behauptung in Frage er verfügte über ein privilegiertes Wissen über die Gedanken der Götter ein Wissen das er als Sokrates nicht rational erklären konnte also warum weiß er denn was die Götter mögen was sie nicht mögen wir könnten diese Frage wie sie im Islam auftaucht auch etwas umformulieren will Gott den Menschen Gesetze schicken weil die Gesetze selbst gut sind beziehungsweise heilig sind oder sind die Gesetze gut weil er sie geschickt hat es mag ein kleiner Unterschied sein was kommt zuerst das Huhn oder das Ei genau in einer Passage fragt dann auch Sokrates Eutifro Zitat geht es bei unserem Streit nicht um richtig oder falsch um edel oder unedel um gut oder schlecht und sind das nicht die Fragen die du und ich und andere Menschen zu feinden werden über die du und ich und andere Menschen zu feinden werden wenn wir zu feinden werden weil wir darüber uneins sind und keine zufriedenstellende Übereinkunft erzielen können die Traditionalisten unterschieden sich dann auch stark von der Mutassila in der Frage ob das Gesetz also die Scharia dass Gott durch seinen Propheten Mohammed offenbarte gut war weil Gott es offenbart hat oder ob Gott es offenbarte weil es von Natur aus gut war nochmal dieses Henne und Ei dementsprechend unterschieden sie sich auch in der Frage wo die Autorität zur Auslegung der Scharia lag die Traditionalisten vertraten die Ansicht dass die Befugnisse im eindeutigen Sinn der Texte Koran und Hadith und in der Gemeinschaft liegen die sie getreu überliefert hat also den wie heißen die nochmal scheiße das sind die die ah wie heißen diese komischen nochmal heute ich bitte ihr helfen aber ich habe keine Ahnung die Salafiten das war das was ich suchte die Salafiten also die Salaf die Vorfahren die Altvorderen das war das was ich suchte ich habe die ganze Zeit Safaviten im Kopf gehabt aber das ist eine Dynastie das ist was anderes also eben bei den Salaf die getreu die Texte überliefert hat die Mutasiliten argumentierten dass die Vernunft den Menschen unverweigerlich zur Erkenntnis Gottes und damit zu dem Wissen führte dass das was Gott will für die Erlosung notwendig ist die Vernunft ist das Mittel zur Erkenntnis und dass das was Koran und Sunna von den Menschen verdankt wird gut ist aber das muss man eben logisch mit Vernunft erschließen jetzt möchte ich nochmal genauer auf die Rationalität zurückkommen und auf die Wurzel dieser genauer schauen der Mutasilitische Rationalismus verdankt dem klassischen griechischen Denken insofern etwas als er im Allgemeinen den Regeln der demonstrativen Argumentationen treu war und eine Reihe von Konzepten die von den Griechen übernommen wurden für seine eigene Zwecke dann umarbeitete das bedeutet jedoch nicht dass man sich unwiederbringlich vom religiösen Glauben entfernte also es war immer noch eine Religion ein Glauben der mutasilische Rationalismus demzufolge die Glaubensdogmen für die Vernunft evident sind bevor die Offenbarung sie gewährt impliziert dann auch die überzeugte Akzeptanz rational begründeter Schlussfolgerungen die jedoch nicht im Widerspruch zu den Geboten der Offenbarung stehen dürfen also das geht ihnen dann doch ich sagte im Endeffekt können sie Gott also wenn sie sagen rational gibt es kein Gott dann ist dem so das ist nur theoretisch so deswegen war ich immer so ein bisschen vorsichtig praktisch können sie Gott selbst nicht abschaffen auch wenn sie es rational täten steht das wiederum im Gegensatz zu dem was sie glauben und dass das soweit geht die mutasila dann doch in Anführungszeichen leider nicht wäre interessant der Einfluss des griechischen Denkens sollte jedoch nicht überbewertet werden da die mutasila nur sehr wenig direkten Kontakt hatte mit den vorsokratischen atomistischen oder stoischen Philosophen ihre Quellen waren hauptsächlich noch Aristoteles und die Neuplatonikern obwohl sie mit philosophischen Problemen auseinandersetzten waren die mutasiliten keine Philosophen im eigentlichen Sinne sie bedienten sich des klassischen Wissens und formten es so um dass es ihnen im Wesentlichen ihren theologischen Interessen dienten oder entsprach also sie benutzten die Philosophien im Grunde genommen nur als Vehikel für Theologie aus theologischer Sicht ist das interessanteste Prinzip des mutasilitischen Denkens die absolute ontologische Heterogenität zwischen dem Schöpfer und dem Lebenswesen ein Prinzip das sich aus der Lehre von der göttlichen Einheit ableitet so Ontologie was ist das nochmal weißt du das ich hatte jetzt kurz ich bin bei Vogelkunde das heißt auch irgendwas mit Ornotologie die Ontologie beschäftigt sich mit allem was es gibt denn sie fragt erstens was es heißt dass es etwas gibt und zweitens welche Kategorie von Objekten existieren und in welchem Verhältnis sie zueinander stehen das ist Ontologie ich habe mir immer so ein paar Sachen rausgeschrieben aus den Aufsätzen die ich gelesen habe wo ich mir dachte das sind so Wörter die Karol auch mal gerne hören will aber es ist doch nicht da es ist etwas ärgerlich gut jeder der jetzt nicht versteht um was es genau geht ich hatte in den Texten zur Folge 200 so ein paar schöne Wörter untergebracht über die sich Karol sehr gefreut hat und seitdem versuche ich immer wieder diese Wörter einzubauen wird auch noch in den nächsten Folgen immer mal immer wieder vorkommen Gott hat also weder Qualität noch Quantität und seine Einheit ist der Ausdruck dieser ontologischen Einfachheit dies führt zu einer so abstrakten Sublimierung der Idee Gottes dass Al-Ashari die Mutasilliten als Tatil beschuldigt das höchste Wesen völlig von realen Attributen befreit zu haben fast schon als ungläubig als ja fast schon ungläubig in diesem abstrakten Gott fällt jedoch das Wesen mit der Existenz zusammen Gott ist ewig da er ewig existiert es ist blau weil es blau leuchtet aber gut es ist die Notwendigkeit seines Seins die ihm von seinen Schöpfern unterscheidet von seinen Geschöpfen unterscheidet also ohne Gott kann nichts existieren und das ist auch der Grund warum im Endeffekt für die Mutasilliten Gott sich nicht abschaffen kann oder das logische Argument für sie sagt ja wir brauchen Gott damit alles existiert um die absolute Reinheit der Idee des Seins mit den anthropomorphen Eigenschaften die Gott dann auch in den Schriften zugeschrieben werden ist sorry wenn das jetzt wieder zu weit geht aber ist es dann nicht auch so dass dadurch dass Rationalität überhaupt existiert Gott automatisch mit existiert weil nur durch ihn Rationalität existieren kann ich habe noch nicht gelesen dass Gott ihnen die Rationalität mitgegeben hat das ist eigentlich das was den Menschen schon inne wohnt aber dadurch dass die Menschen geschaffen worden müsste das ja eigentlich auch durch Gott kommen also eigentlich ja ich habe es nicht gelesen aber müsste eigentlich so sein so so nochmal diese anthropomorphen Eigenschaften die Gott in den Schriften zugegeschrieben bekommen also Macht Weisheit Sehen Hören Hände Besonders Sitzen auf dem Thron das um alles in Einklang zu bringen gelang es einigen Muttersiliten wundersame begriffliche Balanceakte zu vollbringen Abul Hashim Ibn Al-Jubai sagte zum Beispiel und jetzt wird es Rainfuck Zitat das Wissen des Wissenden ist ein Modus des Wesens der ein Attribut ist das über sein Wesen hinaus geht ich habe nichts verstanden dabei jetzt darfst du gerne interpretieren das Wissen des Wissenden ist ein Attribut seines Wesen ist ein Modus des Wesens der ein Attribut ist das über sein Wesen hinaus geht wer ist ein Attribut ja genau ich schick's dir gerade also ja also ich glaube das müsste doch dann heißen dass das Wissen eine Entität etwas ist was über dem Einzelnen dem Wissenden steht ja 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 sehe ich als realistisch also das Wissen ist dann ja eben Teil eines Attributes das über sein Wesen hinausgeht aber über wessen Wesen ist jetzt die Frage über das Wesen des Wissenden also das Wesen des Wissenden oder eben das Wesen des Wissens aber ja das Wesen steht über allen Menschen drüber und ist für jeden Menschen verfügbar könnte das so sein ja stimmt ist ein Modus des Wesen also des Wissenden ja doch ja so müsste Sinn machen zusammen bekommen wir es hin für Abu Hashim sind solche Zustände absolut real und nicht nur Worte oder Konzepte die Beziehung zwischen Modus und Essenz bei Abu Hashim kann vielleicht mit einer aristotelischen Idee verglichen werden bei der der Modus der Menschheit entspricht eine Eigenschaft die alle Menschen gemeinsam ist und die Essenz dem Individuum in seiner einzigartigen Individualität entspricht also das ist tatsächlich geht auch nochmal in die Richtung die wir gerade hatten also finde ich sind wir da doch ganz gut auf einen Nenner gekommen sowas hatte ich auch mal in Philosophie ich habe ja tatsächlich ein semester lang Philosophie studiert bevor ich mich für meinen Studiengang entschieden habe und da ging es auch drum das war glaube ich in theoretischer Philosophie dass alles Wissen das existiert schon existiert und komplett unbeeinflusst davon ist was der einzelne Mensch weiß oder denkt und dass wir dann nur durch lernen und sowas praktisch darauf zugreifen wie in so eine Cloud ich glaube das ist so in die Richtung zu verstehen oder wie fett als Joe gerade meint wie Wikipedia Wikipedia nur das wäre ein bisschen anders weil Wikipedia ist ja nicht unfehlbar und aber ja wir sind gleich mit den Hirnverknotungen durch kommt nur noch der Niedergang der Mutasilla die anthropomorphe Eigenschaften die Gott in gewisser Weise verständlich machen insbesondere für das begrenzte Verständnis des einfachen Volkes und die sich in der Heiligen Schrift finden können also aufgrund dieser Vorstellung von Modi an Gott angewandt werden also jetzt haben wir wieder die Möglichkeit Gott die verschiedenen Sachen zu geben die irgendwie auch über Gott stehen ganz interessant gleichzeitig ist es aufgrund des Wesens Gedankens möglich den ontologischen Abgrund zu betonen der ihn das notwendige Wesen von den Geschöpfen die kontingente Wesen sind trennt ja Pera dann gute Frage wie sich das nicht durchsetzen kann das ist doch so selbstverständlich und offensichtlich alles so aber kommen wir jetzt mal zum Niedergang die Menschen haben es einfach nicht verstanden tschüss nein so einfach war es ja doch nicht aber die Vorherrschaft der mutasilitischen Ideen war nur von kurzer Dauer und nahm dann auch mit der Krise der abasilitischen Macht zusehends ab bereits in der Zeit von Al-Mutasim Mitte des 9. Jahrhunderts der sich mit türkischen Söldern umgab gab es erste Anzeichen dafür dass korrupte Kräfte einen starken Einfluss auf die Entscheidung des Kalifen ausübten und dann auch den Herrscher als Geisel nahmen als Al-Mutawakil dann im Jahr 847 an die Macht kam macht er sich daran diesen türkischen Würgegriff zu brechen also auch Mamluken hatten dort den Kalifen mehr oder weniger als Marionette Um diese Politik zu verstärken beschloss er sich auf der Seite der orthodoxen Ulema und der Zivilbevölkerung zu stellen also der orthodoxen Rechtsglehrten im Gegenzug musste er eine Kehrtwende in der Religionspolitik des Kalifats vollziehen er schaffte das Tribunal ab dieses Tribunal seines Vorgängers der oder das Andersgläubiger verfolgt hatte und im Gegensatz er verfolgte jetzt die Mutaseliten und die Aliden im Namen einer strengeren Ausrichtung auf den Koran und die Sunna in der darauf folgenden langen Periode der Konsolidierung des Sunnitentums konnten die Mutaseliten aber trotzdem weiter überleben aber dennoch verhinderte das Fehlen offizieller Unterstützung oder eines großen Publikums fehlte jetzt dadurch gab es eben keine späte Blüte der mutaselitischen Lehren obwohl zumindest bis zur Ankunft der Seltsuken viele Gelehrte die spekulativen Errungenschaften der frühen Mutaseliten weiterentwickelten oder auch teils präzisierten nach dem politischen Aufstieg der Seltsuken Dynastie in der Mitte des 11. Jahrhunderts ging dann die Anhängerschaft der Mutaseli Mothab zurück das 11. Jahrhundert war aber sowieso eine Zeit des Übergangs in der die islamische Zivilisation wie wir sie heute verstehen ihre dauerhaften Institutionen und Ideen entwickelte das 11. 12. Jahrhundert ab da haben wir ungefähr den Islam wie wir ihn auch kennen in dieser Zeit wurden die sunnitischen Muslime durch die fortgesetzte Konversion zur bevölkerungsreichen Religionsgemeinschaft der islamischen Gesellschaft also ab da haben wir die Mehrheit tatsächlich Sunniten die vier sunnitischen die vier sunnitischen Mothabs also die Hanafi Shafi Hanbali und Maliki wurden durch gestiftete Rechtsschulen also Matrassas institutionalisiert und die Imami Saidi und Ismaili Shai also die itischen Ausrichtungen bildeten auch dauerhafte Gemeinschaften und pflegten die Erinnerung an ihre Imame die Sufi Orden die Tarikas bildeten religiöse und soziale Organisationen die die politischen Wechselfälle des späten Mittelalters dann überstehen sollten Tatsächlich war Abd al-Jabbar der ist gestorben 1024 der letzte weiterhin anerkannte Lehrer der Mothasiliten im islamischen Mittelalter aber er war nicht der letzte bedeutende Mothasili Denker ein Jahrhundert nach ihm lebte dann auch noch ein größerer sunnitischer Theologe den hatten hatten wir schon erwähnt Abu Hamid al-Jasali der schrieb Texte die bis heute viel rezipiert sind die wichtig sind aber er ließ sich noch einmal groß über die Muttersiliten aus er war ein Gegner der Muttersiliten aber über ihn haben wir eben noch ganz viele dieser Gedanken der Muttersiliten Es gab viele Gründe warum die Hanabalitischen Tradizionalisten die Muttersiliter von der Vorrangstellung verdrängen konnten die diese Schule ja im 9. und 10. Jahrhundert genossen hatte Ein Grund war sicherlich politischer Natur der dauerhafte Entzug der kalifalen Unterstützung für die Muttersiliter nach dem Jahr 833 also die eingeleitete theologische Inquisition Mina wie es heißt und dann später eben die Entziehung des Ganzen bedeutete noch nicht das Ende nicht lange nachdem der Kalif Al-Mutawakir die Inquisition dann rückgängig gemacht hatte deswegen begann erst das was für viele das klassische Zeitalte der Muttersiliter war also sie hatten dann eben nicht mehr die Unterstützung der Abbasiden aber trotzdem gab es noch Texte und sie gingen noch nicht unter es mag aber auch ein bisschen daran liegen dass uns einfach die Texte und Lebenswege aus diesen Zeiten besser bekannt sind als die davor also es kann sein dass jetzt aus unserer Betrachtung wir viele Texte aus dem 9. 10. Jahrhundert haben aber es tatsächlich auch viele vorher gab und deswegen wir jetzt so eine Überbetonung dieses Zeitraums haben erst dann Mitte des 10. Jahrhunderts klang man dann noch mal ganz kurz in den Dunstreis der Bojiden sage ich mal also die Bojiden waren damals eine schiitische da haben wir sie wieder Dynastie die die Abbasiden unter ihrer Schutzherrschaft hatten also ja mehr oder weniger de facto die Herrscher waren aber nicht die Kalifen die waren Schiiten haben wieder diese enge Anlegung an die Schiiten aber als die dann auch die Macht verloren wurde es noch schwieriger für die Mutters Eliten teilweise wurden sie nun wieder verfolgt ihre Bücher verbrannt und eben sogar hingerichtet und als die Gazna Widen dann auch eine türkische Dynastie dann ja zumindest nach Persien ausgriffen wurde dort die Situation ja fast unmöglich für Mutters Eliten und das sollten sich dann unter den orthodox sunnitischen Seltschuken weiter fortsetzen da hatten sie eigentlich keine Chance mehr irgendwelche Förderungen zu bekommen oder ähnliches dennoch hatten die Muttersiller eine beträchtliche Anzahl muslimischer Intellektueller dazu angeregt ihre Religionen zu rationalisieren indem sie Argumente konstruieren die selbst Philosophen Christen Juden und Atheisten sowie Gegner unter den Muslimen also den Argumenten von denen Paroli bieten können der sinnvolle rationale logische Diskurs Obwohl der Einfluss der Muttersili bei einigen späteren religiösen Intellektuellen zu erkennen ist waren es eher die Saidi also die Fünfer oder Zwölfer Schiiten Imami als die Sunniten die diese frühen oder überhaupt die Muttersili Schriften weiter diskutierten abschrieben und über die Zeiten trugen Obwohl zur Zeit von Kadhi Abd al-Jabbar der theologische Diskurs von traditionellen Denkern vor allem von den Aschari und Hanbal übernommen wurde waren die verfolgten Methoden und strittigen Fragen typisch für die Muttersili sie hatten also jetzt indirekt dort alles geprägt diesen Diskurs und das war auch ein Teil des Grundes warum sich die Muttersiliten nicht durchsetzen weil sie irgendwie auch ein bisschen obsolet geworden sind weil ihre Argumentationsstrukturen teils von den anderen übernommen worden ist aber von einer anderen Richtung der Muttersilismus verschwand aber nicht gänzlich aus dem islamischen Geistesleben nach dem 11. Jahrhundert diktierten und kommentierten sunnitische Muttersili Muttersilien die klassischen Kalamwerke noch mindestens zwei Jahrhunderte lang bis zum Ende der Abbasidenzeit die schiitischen Muttersilien Texte wurden vor allen Dingen dann ja bei den Saidi weiter studiert und gelehrt bis zum Aufstieg des Safaviden Reichs im 16. Jahrhundert und im nördlichen Jemen eigentlich bis heute aber auch außerhalb des Ganzen fanden sie immer wieder mal Anklang aber sie wurden eben nicht mehr dieses bestimmende Thema was sie im 9. und 10. Jahrhundert waren Und so konnten viele der Muttersilien Gedanken bis heute überleben und werden jetzt in den letzten Jahren immer wieder ausgegraben um so eine Art Renaissance tatsächlich im Islam durchzuführen also diese Grundsätze des rationalen Elements des Diskurses des logischen Denkens wird nochmal ausgegraben um zu sagen über diese Art und Weise hätten wir eine Möglichkeit den Islam auf die moderne Zeit endlich anzupassen aber das ist jetzt ein Diskurs der jetzt über mein theologisches Wissen weit hinaus geht auch schon heute habe ich mich schon etwas aus dem Fenster wie soll ich sagen gelehnt ich bin bei weitem kein Theologe mache normalerweise einen Bogen um theologisch als auch philosophische Themen ich hoffe nichtsdestotrotz dass ich dieses Thema heute etwas näher bringen konnte es ist ja sicherlich nicht uninteressant mal so zu sehen dass der Islam tatsächlich auch so etwas hervorbringen konnte wo man den ja tatsächlich doch eher damit verbindet mit aufdoktriniertem du machst das jetzt so weil das so ist aber ja ich weiß nicht wie es dir geht ist das ein interessantes Kapitel innerhalb des Islams für dich absolut also ich finde das generell so zu der Zeit finde ich den Islam ja unfassbar spannend eher dann so in neuerer Zeit nicht mehr so ganz und gut ich mag theologische und philosophische Themen deswegen war das sobald du gesagt hast ich habe da was theologisches vor wusste ich okay ich will irgendwie dabei sein ich fand es sehr interessant und ich verstehe jetzt aber auch durchaus was du gemeint hast dass du das auch mit die Geschichte zuerst und dann die theologischen Sachen hättest erzählen können weil das war halt wirklich so eine Sache für die Oberschicht die jetzt nicht so viel also ich meine wenn man sich das das wäre bestimmt interessant sich das dann ganz kleinteilig anzugucken ob und wie dann Kalifen das teilweise auch vielleicht eingesetzt haben um irgendwelche Gesetzesänderungen oder sowas durchzubringen aber ja das ist dann doch sehr kleinteilig das Problem für uns ist jetzt auch dass wir jetzt nicht so Firmen im Islam und in der damaligen Welt sind ja also eigentlich hätte ich jetzt noch drei Stunden erzählen müssen was Scharia ist wie die Scharia gebaut wird oder wie die entstanden ist was die Macht des Kalifen war und so weiter das ist halt alles was uns jetzt so ein bisschen rechts und links fehlt das zeigt deswegen denke ich ist nicht so ganz klar was das eigentlich für auch eine revolutionäre Idee das Ganze war für den Kalifen der damit so viel Macht bekommen hätte oder auch teilweise hat aber es zeigt auch gleichzeitig was für ja wie soll ich sagen ja was für eine Begrenzung dann später im Islam dann leider dann ein marschiert ist oder einen Zug gehalten hat ja ich meine man kann sich vielleicht ein bisschen vorstellen wenn man sich vor vorstellt wieder sorry dass im 13 14 jahrhundert auf einmal es okay gewesen wäre die bibel umzuschreiben wo alle gesetze und sowas noch auf der bibel und auf den worten des papstes irgendwie basiert haben oder wenn man dann sagt ja gut das sagt zwar der papst so und der hat das da in seinem interdikt oder was weiß ich was so geschrieben aber das macht keinen rationalen sinn also ist das falsch das ist schon ja Zündstoff auf jeden Fall definitiv und es zeigt auch wieder so ein bisschen wie schade es ist dass der islam dann stagniert ist aber gut dann würde ich sagen bedanken wir uns bei euch dass ihr euch das angehört habt und wir bedanken uns bei Franziska und Roman dass sie uns produzieren richtig ganz genau vielen vielen dank euch und dann und vielen dank dir Elias für dieses coole thema und einen schönen sonntagabend noch den wünsche ich dir auch bis dann ciao tschau von bis dann b bis dann Slow. Untertitelung des ZDF, 2020